Also mit Kindern im Tierpark ist halt auch ganz schön anstrengend, weil wir waren halt Arsch langsam, ey. Wir sind fast immer nur auf der Stelle getreten, ey. Ich kann das nicht so lange an einer Stelle da rumstehen und mir stundenlang die Erdmännchen da angucken. Das ist echt anstrengend irgendwann. Das ist anstrengend, ja. Auf jeden Fall. Paul meinte hoch, der kann das nicht mit Theo und Konstantin, die wollen immer weiter und der kann nicht so lange an einer Stelle stehen bleiben immer. Weil Zoe natürlich, na ist ja klar, die ist natürlich voll extrem langsam. Ey, die kurzen Stubbelbädchen da, wie schnell soll die nur sein, war? Aber wir sind dann irgendwann vorgekriegt und die dann hinterhergelaufen. Mann, was ist denn mit dir? So, gucken wir aber, wie wir uns heute anstellen. Oh, der Kreis, ok, die Twin Towers sind noch drinnen, die könnten wir machen, da müssen wir aber auf jeden Fall schon laufen, hat er, ach gut, aber, guck mal, da sind gleich zwei Aufträge daneben, dann lass uns mal nicht Twin Towers, dann lass uns mal hier starten, bisschen neben den Twin Towers, ok, ok, wir können ja noch ausweichen auf den daneben dann, falls da, falls die den wegschnappen nach, wegkaschen, ja, soll, ich hab auch echt mal überlegt, ob wir vielleicht mal ganz am Rand anfangen, und von Anfang an mal mit dem Gas mitgehen, könnten wir auch mal probieren. Mh, ja, ditte, oder halt wirklich mal außerhalb der Zone landen, oder ditte halt mal looten, genau, achso, ok. Ja, genau, ich meine ja, außerhalb der Zone, ah, okay, da sind doch die Leute schon, oh man, da sind einige, oh, mindestens fünf, sechs, oh, guck dir das mal an, ne, ja, machen wir jetzt so, ich triff da, da sind auch schon zwei, ich werd schon weggesnipert, geil, der hat mich schon im Visier, links auf dem Tower, ah, ein Arschloch, ey, also drüben sind's auf jeden Fall, ja, super, warte mal, dann spring mal hinten runter, dann lauf ich mal das Haus nicht runter, ah, werd ich auch machen gleich, oh, sehr gut, ich hab schon mal nen Herzschlag-Sensor, aber ich hab nur ne 9mm Schall gedämpft, genial, ah, ich hab immerhin schon ne Beisen gefunden, kannst meine Beisen haben, wenn du willst, die liegt jetzt hier, haudi, leuding, haudi, hier, Freunde, ja, klar, welcome, ein Kampfwurfmesser, ne Ram ist hier noch, aber nimm so ne weiße, besser als ne Schein gedämpfter, okay, ich hab schon mal nen Trophy-System, ja gut, ich hab schon mal, Totenstille, kannst, kannst ja mal einen Herzschlag-Sensor rausholen, auf die hier, ist, ist nichts, ich guck immer mal, sieht ganz gut aus, ich geh mal rüber in den anderen, okay, ich komm mit, 8 Meter, okay, scheiße, 2,7, der steht genau vor der Tür, ich geh mal hinten lang, hinten rum, jetzt sind sie gerade weg, also hier übers Dach, ich versuche mal über die Außentreppen zu kommen, warte mal, 1,24 Meter Richtung 84, 17,8, direkt hier wieder vor der Tür, ich kann ja da durchs Fenster gucken, aber ich sehe niemanden, aber ich sehe auch nicht alles halt, ich hab Totenstille, ich mach mal Totenstille an, ich lauf mal die andere Seite lang, ah, der muss, ich denke eher oben, weil hier unten sind die Türen alle zu, hier vor der Tür ist keiner, geh mal hoch, dann geh ich in den anderen Flur, den anderen Aufgang hoch, ja, oben auf dem Dach, der hat gerade geschossen, das ist gut, dann sind sie abgelenkt, also ich, ich schleiche hoch, ich schleiche auch hoch, Schritte, und hier landet einer auch noch, okay, jetzt wird, ach, da landet er, wenn die beiden von dem Dach, ich glaube, die sind runtergesprungen, ah, hier oben ist nämlich keiner mehr, naja, dann sind die da runtergesprungen, die sind jetzt in diesem Haus, wo der Ping ist, ja, okay, höchstwahrscheinlich, oder in dem, na gut, ich schieße noch irgendwas, hm, ist so oben auf dem Dach, hm, ich komme jetzt an, hm, Schatzschützengewehr, ja, das ist die Frage, wohin, die da halt pushen, oder, naja, ist halt schwierig, weil wir nicht wissen, wo die genau sind, obwohl, ja, 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 jetzt weiß ich, wo sie sind, alles klar, und er hat mir die ganze Deckung runtergeschossen, okay, scheiße, ne, jetzt nicht mehr pushen, ich habe keine Platten mehr, er war auf dem grünen Dach, hm, da ist er, da unten drin in dem Haus, hm, und da oben auf dem Dach war der andere, ja, der ist runtergekommen, der ist in das Haus drin, hier ran, da unten ist er an der Tür, ja, okay, hinten runter, einfach, erst mal weg hier, hinten runter und erst mal weg, ist denn hier ein grünes Haus, Alter, hier ist aber auch nichts, warte mal, sind hier Schritte, kann nicht gewesen sein, ja, Tür, die Tür, die Tür, okay, feindliche Drohne über uns, ich gehe mal da drüben in das rote Haus, oh, da kommt ein Buggy gerade, aber gut, fährt weiter, ja, ich habe hier auch gerade einen ganz guten Batzen gefunden, Na komm Meine Güte ey Okay, Happy Hour hat begonnen Oh, ne Gasmaske Sehr schön Wunderbar Da war einer Okay Ist doch alles klar, wurde er beschossen Ja Oben auf dem Dach bei den Twin Towers Auf dem rechten Jo Gefängte heute wieder sehr gut an Muss ich sagen Wir müssen nur laufen, die Zone Lass uns mal da dann hinaus In die Bank Ah Schon weggelootet Ja Hier waren sie schon Gott sei Mach auf Hier waren sie noch nicht Ich geh schon mal hoch Ja Hier unten ist noch so ne äh Panzertasche Ja Ja, sehr gut Hol ich mir gleich Achteinhalbtausend haben wir Brauchen noch anderthalb In die Zone Ja Ja Hier links waren sie auch noch nicht Dann geh ich da noch mal rein Ach scheiße, ich dachte das Geld Hier ist noch ne Gasmaske Will das jemand haben? Ah perfekt, komm ich mir gleich holen Und apropos Gas, da kommt's auch langsam schon Hast du noch ne Platte übrig? Ja Will das jemand haben? Danke 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 Wir müssen Vielleicht ist es mir gut Wir müssen los Ja Hier ist noch was drin Hier muss ich noch die Ach ne das ist oben auf dem Dach Spare ich mir jetzt? Ich geh schon mal weiter Ja, komm mit Oben auf dem Dach, Christina Wechsle die Position Auf ein Ziel markieren Hm Jetzt kommt, ne Hat er uns gesehen glaub ich war Ja Schnell hier weg Ja Und ich bin tot One hit Scheiß Scharfschützen Pfotzen, Alter Das ist so mies Und weg Ich hasse, na Die Scharfschützen sind einfach nur krass Mit der HDR Einen Schuss komplett Alles weg Es ist so übertrieben Das ist nervt Recht, ey Beim Sprinten, ey In den Kopf geschossen Du bist jetzt im BULAX Kämpfe um erneut eingesetzt zu werden Alte Durchkumpel Du bist schon bald wieder draußen Gibt's gar nicht, ey Da muss ich die Beifelung Die waren zu zweit Da oben auf dem Dach, wo du gesagt hast Du bist Mann, du mach, lass mich kämpfen Oder schick mich raus Halt so, Soldat Wenn du hier gewinnst Geht's wieder an die Front Aber wenn du verlierst Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat Halt Immerhin, das hat geklappt Wir sind schon wieder bei mir Oh man Ich überleg, ob ich noch mit der Lieferung lande Das könnte ich grad noch so schaffen, ey Obwohl, ach scheiß drauf Nein, hab ich K.O. Oh, sie kommen beide Aber ich bin zumindest K.O. Warte mal, hier unten ist ein Auftrag Obwohl da bei dem Airport war Aaaaah Der Speed wurde gebrochen Und ist nicht mehr bei uns Scheiße Nur noch du bist von deinem Team übrig Naja, gut Dann muss ich den Auftrag Muss ich den Auftrag hier nehmen Hier auf dem Dach sind doch garantierte Leute, ey Das Gas kommt näher Die neue Sicherheitszone wird markiert Vorratskiste gefunden Position sichern Feindliche Drohne über uns Naja, sag ich doch, dass die auf dem Dach sind Gut, den schnellsten Zweck hier Okay Oh Gott, Alter Wie sind die halt hier irgendwo Der Buggy lohnt sich ja gar nicht Weil ich halt die Scheiß Kiste holen muss, ey Alles gut, ja, ja Oh nee Oh Gott Da ist Geld rechts Da ist Geld rechts Habe ich's genommen? Ich hab's nicht gesehen Ja, hast du genommen, alles gut Und weg Da vorne ist ein Auto Muss ja eh die Kiste da holen Da links ist noch ne Panzerung, genau Weiter zum nächsten Da links ist noch ne Panzerung, genau Wunderbar Auch nochmal, sehr schön Das Gas kommt Und der Karikazespieler Ja, ist mir jetzt scheißegal hier alles Einfach nur hier 9200 Okay Du kommst denn genau ins Airport-Gelände Ich geh da noch zum Leben Ah, ich weiß nicht, weil hier ist genau ein Viel Geld du hast, krass Ich hab dir den nächsten Einkaufswagen gepinnt, da Und der Bus Boah, die Meterzeige wird nicht mehr angezeigt Das nervt mich ja echt, ey Das scheint immer ein Bug zu sein Manchmal funktioniert's nämlich Da So, das war nochmal die Kiste Ja, ich hab dir zur Sicherheit nochmal einen Ne, der Heddy ist oben, da muss ich erst oben Ja, deswegen ja, der ist halt nur erst oben Ach, das ist ja wieder die Scheiße hier Naja, aber lauf mal Das sind das für einen Auftrag hier Kannst du sowieso nicht nehmen Achso, ne, doch kannst du da Kopfgeld Ja, stimmt, das sind alle drei schon Ah, guck mal, die sind hier nämlich schon Kommt mir auch noch näher Warte mal Sonst musst du halt versuchen Zu dem Airport Zu, äh, zu dem Heddy zu kommen Und dann fliegst du halt zu einem Einkaufswagen Im Dammgebiet Ginge auch Ja, könnte ich Könnte auch machen, aber ich glaube hier komm ich raus Und dann bin ich schon fast beim Shop Ja, 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 das auch Ja, definitiv Also ja, definitiv Geld hast du auf jeden Fall genug Du kannst theoretisch mich einmal Du kannst erstmal die Waffenlieferung holen Je nachdem wie der aus Hier würde ich nicht lang gehen Jetzt hier lang, ich gehe links Hier würde ich saßen Ich würde als erstes die Lieferung holen Und dann würde ich mich zurückholen Wenn das geht Auf dem Turm Denk an den Turm Mitten in der Mitte Das ist alles zu Und das? Und jetzt, willst du die Ausrüstungslieferung holen Und dann geh ich Dann hole ich den Heli Ich kann den Heli nicht mehr holen, alles gut Naja Naja, ich kann die Lieferung Warte mal, das Gas ist ja hier zu jetzt Das Gas breitet sich aus Sicherheitszone wird verlegt Wo soll ich die denn landen lassen, Alter? Mach die doch hier auf dem freien Gelände Nein, nein, nein Nein, nein Wer hat dich beschossen? Der Gegner Ja Toll, ich bin 10 Meter davor bei dir zu landen Ey, ja, Jungs Ist das lustig? Nein, was? Ja, naja, ich war kurz davor bei dir zu landen Kurz davor den Boden zu berühren Dann wirst du beschossen Ah, meine Dings geht nicht hoch Meine Annäherungskmine Ist ja wieder geil Ich leg die genau vor ihm hin Geht nicht hoch Aha, doch Äh, Shieldbreak war da noch irgendwie? Oh Mann Diese dummen Fotzen, die da warten, ey Dann führ die doch wohl Guck